noch gehabt, wir hätten noch ein stilles Örzchen gehabt und eine tote Hose, ganz das Gegenteil waren sie. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich schaue jetzt mal hier vorne drauf, weil das alles eine tolle Buchführung ist. 2950 Mark und 1200 Mark. Evchen, ist der schöner zu dem Grün oder der? Welchen möchtest du? Den? Bitte. Und einer fehlt noch, einer fehlt noch. Wenn ihr netterweise jetzt wieder ein bisschen zur Seite geht, das wäre ganz, ganz lieb, denn da kommt ja noch Sissi Ketsch. Sonst fehlt mir ja ein Blumenstrauß, ne? Sissi, der muss schön passen zu dem wunderschönen schwarzen Lederkurschen. Ich danke dir, dass du da warst. Und deine Gruppe Captain Hollywood. Meine Damen und Herren, das war es wieder aus München. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann würden wir uns alle sehr freuen, wenn Sie am kommenden Samstag wieder dabei wären. Dabei ist dann Nicole, Sie alle kennen sie, eine Schlagerseger mit viel Erfolg. Auf der anderen Seite der Schauspieler Amadeus Mozart und im musikalischen Teil ist Karel Gott dabei. Und wenn Sie so wie heute wieder dabei wären, dann wären wir alle ganz glücklich. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Nächster Samstag. Nicht vergessen. Tschüss. 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 Tschüss.